Hallo Nation, wir haben neue Updates zu Marco Reus, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt. Zurück zum Thema, die Zukunft von BVB-Kapitän Marco Reus steht noch in den Sternen. Vereinschef Hans-Joachim Watzke gab den Dortmund-Fans ein Poker-Update mit dem 33-Jährigen. Wird Marco Reus das Gehalt des BVB mit reduzierten Sätzen verlängern? Der Borussen-Kapitän ist derzeit mit rund 12 Millionen Euro einer der größten Verdiener. Bei einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2023 hinaus müsste der 33-Jährige deutliche Einschnitte hinnehmen. Mehrere Medienberichte sprechen von einem maximalen Jahresgehalt von 7 bis 8 Millionen Euro. Der BVB rechnet damit, dass Reus noch eine Saison übrig hat, bei Sky des BVB erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Nun, wie weit die Entscheidung über die Zukunft des Routiniers liege? Das komme kurzfristig, versprach Watzke und fügte hinzu, ich denke eine Woche, 10 Tage, mehr wollte der 63-Jährige nicht sagen. Ich gebe keine Trends oder Pegelstände ab, sagte der Borussia-Boss, Reus sei ein extrem verdienter Spieler von Borussia Dortmund. Wenn dich viele schlagen, bin ich derjenige, der reflexartig versucht, eine weitere Position aufzubauen, ergänzte Watzke. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Bis zum nächsten Mal.